und willkommen zu meiner kleinen übersicht über meine kanäle schön dass ihr da seid ich wollte euch mal kurz kurz meine ganzen kanäle zeigen was ihr gerade sehen dort im hintergrund ist mein facebook account da habe ich 1500 freunde da läuft alles rund um das was ich mache halt das heißt streams musik und alles was ich so halt mache das nächste was ich habe ist mein youtube ein twitch kanal hier seht ihr habe ich 1400 follower zurzeit ich heiße da blab 76 die laufen meine ganzen spiele die zu geben tut an sich hier zurzeit war der meisten fall wird gespielt und entschroudet und ein paar indie games wohlgemerkt habe ich noch und einige playtests habe ich auch noch zum beispiel weil sie vor ist ein playtest oder auch viele andere playtests hier mache ich die hauptsächlichen content von mir das heißt diese spiele musik die ich mache radiosendungen und so weiter ihr seht ihr auch mal hier unten noch ein paar videos von playtests test mache ich sehr gerne ich spiele auch sehr gerne indie games das nächste was ich habe ist mein kanal mein radio kasal mein laut fm kanal hier heißt mein kanal rgb hier läuft von vier stunden lang von morgens bis abends retro musik wie ihr seht hier oder so ein bisschen überlegsam was laufen tut amiga flashbacks und alles was und remix versionen von shot of the beast zum beispiel wie ihr hier seht was gerade laufen tut dann habe ich auch noch einen youtube kanal hier habe ich nur das heißt klammern nur 133 abonnenten würde mich freuen wenn ihr ein abonnenten lassen würdet dann habe ich ein paar mehr leute ich begrüßen kann ich mache ich allgemeine sachen seht ihr ja hier was ich so an sich mache viele verschiedene sachen star trek retro games dungeon keeper 2 und viele indie games die mag ich sehr gerne das ist das was ich am hauptsächlich mache und halt mein facebook kanal wo ich eben schon mal war wirklich freuen wenn alle beiseite vielen dank dass ihr da seid und ich hoffe lasst mich freuen vielen dank